dann kann man die wahrscheinlich auch gar nicht hören doch was du nicht weißt also alles gut was weiß ich wenn was du nicht weißt alles gut ja wenn du nicht weißt dass da Käfer sind weil du die nicht hörst dann kannst du auch nicht jappeln das ist doch relativ praktisch meine liebe zu dir ist schon wieder grenzenlos so wollen wir hier rüber schwimmen oder was hast du die Insel schon abgesucht ob da irgendwas zu finden ist hier waren wir doch vorhin schon oder nicht nein was sammle ich denn hier die ganze Zeit wenn wir hier schon waren so jetzt warte ich mal was der Heiko schreibt warte was der Heiko schreibt bevor wir uns jetzt wieder nein zurück da hinten wo ihr gekommen seid wir sollen da hinten zurück wo wir gekommen sind auch immer du bist ich muss ich bin hinter dir ach so ok wollen wir darüber schaffen wir das darüber ja 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 natürlich na so natürlich ist es nicht ich versuch's da ist eine Treppe wo ihr wieder hochkommt das war die Treppe auf die wir gesprungen sind Ehemann ok siehste wohl siehste siehste den Kaktus der Ton ist wieder da das da oben ist eine Treppe da müssen wir hin ach da ja bei mir ist gerade ein grande Geruckel ja ja habe ich auch gerade gehabt naja Geruckel Standbild also im wahrsten Sinne des Wortes ja ich habe auch Standbild gehabt geruckeltes ja ja Ehemann ehemann lauf da einfach an der Seite vorbei ja hättest du mich gelassen wäre das auch kein Problem gewesen ja schön und jetzt komme ich hier nicht wieder raus es ist ja schwierig hier ist was zum graben oder nicht ist das nicht zum graben weiß nicht ich bin jetzt oben nein ok ist nicht zum graben ach das sind so Steine die da durchgucken ok nein nicht wieder runterfallen ich bin eben da in diesen schmalen Dingsbums gefallen so dann jetzt zum Zipi und dann holen wir mal unsere Gelder oder was klar wollen wir erstmal zum Museum ja Museum ne bis wir da sind naja gut es ist 0 Uhr die Nacht 1 Uhr es ist 1 Uhr die Nacht jetzt aber wir könnten ja auch mal zu Fuß zurücklaufen oder obwohl naja ist keine gute Idee oder wegen Angst und so ja das musst du ja wissen also ich würde das machen ich bin kein kleiner Pirat ich bin ein großer Pirat aber ich glaube wir müssen tatsächlich ich weiß ja nicht ob die Schmetterlinge ähm bei uns auch gibt pack doch pack doch die Schaufel weg ich will aber meine Schaufel behalten pack doch mal die Schaufel weg die Schaufel ist wenn du rechts vor mir gehst immer so ein guter Indiz dir auf den Kopf zu hauen ein gutes Indiz echt egal ich weiß du armer Mensch nie sagt einer arme Andrina nie ja die sind halt alle gut erzogen und haben gelernt dass man nicht lügen soll das ist einfach die 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 oh dankeschön Heiko du bist wenigstens lieb zu mir immer mit der Schaufel auf dem Kopf das muss Liebe sein ja das glaubt mir auch keiner das glaubt mir auch keiner da kann ich sagen was ich möchte kann ich halten wie ein Dachdecker nur nicht so hoch ja dankeschön Desi siehste jetzt kriege ich jetzt sind wir an dem Jeep die schon vorbeigelaufen ja natürlich sind wir an dem Jeep vorbeigelaufen wir laufen nach Hause ach ja wir wollten zu Fuß gehen ja wir haben es halb drei was willst du denn so lange machen ich hab jetzt keine Lust die ganzen Sachen vorher noch auszusortieren noch zur Miene in meinst du da unten nochmal runter ja aber das ist doof da kommen wir dann nachher wieder nicht raus doch dann machen wir help 1 duck oder nicht ja gut können wir auch machen aber jetzt wissen wo ne aber ich würde ja lieber jetzt zum Museum da nach Hause und die Kohle abholen und mal langsam unsere Sachen erweitern stimmt du hast recht weil ich hab nämlich vorhin wo wir draußen waren auf der Terrasse hab ich zu Olli gesagt ähm ich hab so das Gefühl dass wir auf der Stelle treten ja und dazu sollten wir jetzt erstmal ein bisschen wie der Museum nicht so recht zusammen so weiter kommen ja bin ich beinahe runtergefallen da will ich nicht runter ich hab so das Gefühl dass ähm wir irgendwie nicht so weit vorankommen und ähm vorankommen kann man ja eigentlich nur mit Kohle wir müssen uns jetzt jetzt sind wir schon auf Höhe des Museums jetzt müssen wir uns in östliche Richtung halten östliche Richtung das ist da lang ja okay wenn du sagst östliche Richtung dann halte ich mich in östliche Richtung was ist hier noch was ist das hier oh Wassermelone oh sehr schön oh Kiwi oder sowas ne Kiwi ja ja okay ja cool das hat doch Art können wir wahrscheinlich auch alle nicht bei uns anpflanzen aber egal so wenn wir jetzt in östliche Richtung schreibt er wie 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 äh in der westen ist doch das Meer in die östliche Richtung dann kommen wir genau aufs Museum zu da Peiko hat nicht mitgekriegt dass wir nicht in dem Dings wollen Chrissy Chrissy danke krissi dankeschön was denn Chrissy verlängert das Geschenkabo von anonym Geschenkgeber oh das ist toll da hast du jetzt schön auf mich gewartet ne wahrscheinlich äh ja östliche Richtung komm auf die Karte wo bist du denn ja du bist doch in meiner Höhe da unten bist du ok was sind das hier für Blümchen also im Zweifelsfall welche die wir mitnehmen müssen vergiss meine hier die hatten wir schon gut ich meine das ist jetzt dankeschön Chrissy du bist echt süß ich 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 hab schon wieder keine Worte ich kann schon wieder nicht spielen warte bitte mal oh Gott das ist die kleine Lohnerhöhung ja instant wieder da hast du oh mein Herz poppert schon wieder Leute das ist wirklich ich weiß nicht warum die Alertbox nicht angeschlagen hat keine Ahnung ähm danke 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 mein Herz poppert schon wieder eh man ich kann nicht spielen so geht das nicht das das darfst du aber so nicht tun weil wenn die wenn solche Aktionen dazu führen dass du nicht mehr spielst dann wäre das kontraproduktiv dann machen die das nie wieder ich kann gerade nichts mehr einsammeln weil ich voll bin ok danke danke ich höre auf ich höre auf ich höre auf Chrissy hat schon geschrieben wenn ich jetzt nicht aufhöre dann gibt es nichts mehr nein ihr müsst es ja nicht machen das ist ja wirklich ähm danke das habe ich schon wieder Pipi in den Augen das ist wirklich nicht gut die flasht mich immer wieder weg so lol nie noch nicht was nie noch nicht was oh ja ja Entschuldigung ich musste mal einen Sprung wagen was ist denn da kann man das auch ausgraben nein ich habe nur wirklich wirklich Angst dass ihr dann denkt so auch wir machen das und es ist wirklich Hammer ich freue mich halt mit dem Loch im Bauch da kommt man nicht durch na toll und ich renne da ich dachte mir schon dass das eine Sackgasse ist hier guck mal hier an der Seite kannst du durchgehen guck mal das funktioniert klug scheißer Modus aus so jetzt sind wir ja beim Museo das hat natürlich noch nicht offen ne ne natürlich nicht aber er kommt gleich dann können wir früher reingehen ab 8 hat er das auch ja gut da müsste ja gleich das Museum ist außerdem da hinten ja er lacht mit uns ähm immer immer das heißt wenn ich ihn leben lasse ähm ja ach fühl dich geknuddelt einfach geknuddelt dann gucken wir mal dass Tarzan gleich hier an wie herankommt am Donnerstag lieber Heiko am Donnerstag ist der Stardew Valley Stream der wird jetzt laut unserer Planung wir hoffen dass die Planung auch hinhaut alle zwei Wochen wird Donnerstag Stardew Valley gestreamt ähm aufgrund des Arbeits äh der Arbeitszeiten von der Susi ähm die andere Woche kann sie halt nicht und dann würde ich tatsächlich Factory Town und Stardew Valley im Wechsel willst du anfangen oder soll ich anfangen mach mal mach mal ich fang mal an so Donate ich hab hier verschiedenste Blumen solche Münze auch Donaten die was die Münze ja das ist jetzt eine gute Frage kannst du die mal noch außen vor lassen ja ja da muss ich jetzt aufhören dann mach du mal du bist durch ja ich hab noch was aber das ist ja ich muss das ja in der Reihenfolge Donaten das geht ja nicht anders Donate also ich habe nur die Strandkrabbe und die Blumen kann ich zum Beispiel gar nicht ne weil ich die alle schon hatte die Strandkrabbe kann ich Donaten das Tablet werde ich auch Donaten weißt du was wir werden die Münzen auch lass es uns einfach machen einfach rein da und gut ist 11% 11% was wir da noch im Kasten haben wird verkauft und gut ist ok 11% ja ich meine dann sind wir doch schon wieder ganz gut davor mit dem Museum guck mal hier wollen wir mal kicken einmal oh guck mal wie die Münzen ausschauen da im Glaskasten ah ja da muss ja jetzt nachher irgendwo auch die Krabbe sein ne hier sind ja die hier sind die Vasen hier sind diese Tafeln ich werde ich werde die Katzen tatsächlich auch dann herbringen aber 10 Riesen ich weiß ey man aber wir verdienen gleich Geld ach so hier sind noch Ärzte haben wir noch gar nicht alle nein wir müssen unbedingt ich muss mir die jetzt wenn du die geschmolzen hast einverleiben und mit hierher bringen ja die habe ich doch alle schon vertickt nein dieser Mensch wirklich ja die Ärzte haben wir die sind in der Mine vorne die können wir noch in kürzester Zeit wieder heranschaffen also das Ärzte sind nun wirklich das leichteste was wir was wir rankriegen also das ist ja nun wirklich dieser Mann ja du wolltest Geld haben jetzt fährst du wohin mit dem mit dem Zipni Pumpkinvale ach so na gut ja geht schneller halt hier regnet wir brauchen nicht gießen sehr schön aber dann kann ich hier noch die Blümchen mitnehmen die schmeiße ich gleich in den Dings wenn ich schon hier rumhocke ja 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 nur die paar Blümchen die machen zwar den Kohl nicht fett aber fette oder nicht auf jeden Fall die machen den Kohl nicht fett aber fette das ist ja fette an Wirtschaft hier das stimmt Olli mit was hattest du jetzt gerade recht ich hab wieder mal nicht zugehört die RC kriegt man für ja kriegt man sehr schnell ja so dann wollen wir mal zur Post gehen oder was ja ich schmeiß erstmal in meine in die Shippingbox ich will jetzt mein Inventar leer haben ok den Schuh deine deine getragenen Schuhe schmeiß ich da mit rein ist das ok für dich ja natürlich so hier was wollen wir denn da die Marmeladen hauen wir auch weg ne ja würde ich würde ich sagen und wollen wir die Bananen und die ganzen Sachen die Bananen würde ich gerne ja wegen Saft machen wegen Saft zu machen eh man ja oder Marmelade was auch immer aber wir haben noch keinen Zucker von daher wird es Marmelade werden hey Rosmarin wird nicht weggeschmissen das ist ein Gewürz das und das auch nicht oh dieser Mann KPN ok Banane geht nur mit Milch ok das ist schlecht wir haben heute noch gar kein Fernseher geguckt Ehemann ja äh gut kann man ja bei Zeiten auch nochmal machen wir haben aber auch noch ein paar Kartoffeln haben wir ein bisschen Latteus haben wir noch Kirschbaum machen ach den muss ich hier wieder dran machen so was haben wir denn hier am Chip am Questboard das wäre ja auch nochmal wieder interessant Unpolished Topaz haben wir bestimmt da so Salz können wir ja können wir immer wo hat er denn die anderen Bäume dahin gepflanzt hier hinten hier hinten hast du haben wir noch Lavendel äh kann ich dir nicht sagen ich bin jetzt gerade am pflanzen Ehemann aber vermutlich so Questboard habe ich einmal leer gemacht komplett leer einmal leer alles was da drin habe ich alle angenommen so nein ja weil wir das alles können glaube ich zumindest wenn nicht muss ich gucken das ist jetzt auf jeden Fall das was ich mir erst mal jetzt noch so vornehmen werde so Mailbox Last Shipman 4000 das ist doch schon mal nicht schlecht ne ja das passt schon mal und jetzt gehe ich noch mal gucken ob wir vielleicht die Poliermaschine schon kriegen ne glaube ich zwar nicht weil das ja letztes Mal auch gedauert hat auch gedauert hat ähm hoch im Buch man das so einfach nur geradeaus gut so drei habt ihr ne oder brauchten wir vier wir brauchten vier Netze ne brauchten wir drei oder vier Netze für das große ähm ich glaube auch dass wir vier ja ja vier so Süßkartoffelsuppe können wir jetzt kochen und ein braunes Sofa können wir jetzt machen und der Wetter sagt 51% sie sind sich alle einig wir haben kein Schrödinger Schett okay also Poliermaschine gibt's noch nicht natürlich soll ich schon mal einen Rucksack besorgen äh ja bitte was 2000 ja ich weiß so need anything ne dann nochmal genau eine eine CD an Eddie liefern so ich hab jetzt also ich hab jetzt questtechnisch ja dann gib Gas hau die Agent her äh ja ja genau haben wir auch gelesen neue Möbel und auch neues Lichtzeug und so weiter ich würde dann ja dann demnächst auch mal auf ein Haus gehen wollen aber naja okay hier ist kein Netz zu finden ich müsste rein theoretisch mal nach äh Wahubic zu dem schönen Menschen dort hin oder nicht was sagt ihr dann würde ich jetzt einmal äh ausgehen und mal nach Wahubic fahren zum zu diesem Müllmenschen der da war und guck ob du da noch ein Netz hast oder aber Wahubic können wir noch gar nicht GP fahren oder äh nein Dirt genau Schmutz der Arme genau Wahubic waren wir noch gar nicht nein da waren wir noch nicht das ist schlecht da muss ich ja da hinlaufen dann noch mal 40 Gold für den einen Lieferquest das ist doch schon mal schön du bist ein mach Leben voll äh ja wäre eine Maßnahme so aber man könnte ja die halbe Strecke schon mit dem GP fahren oder nicht dass man nicht nur laufen muss äh Kartoffelsuppe haben wir noch irgendwo ne mein Inventar gut wie brauchst du denn äh ich brauch eine einmal äh Kartoffelsuppe für Sister Abigail ja du weißt aber dass ich jetzt weg bin ne ja ich hab glaub mit Sicherheit Zeit dafür also das brauche ich nicht jetzt mal alter Spoonie Island wo sollten wir denn da am besten hin dort Bahubic Spoonie Island wäre dort am Museum müsste ich hier durch die ganzen Wälder hier ist der Sumpf da will ich gar nicht erst hin glaube ich Spoonie Island müsste ich mit dem Boot rüber und einfach nur quer oder nicht was soll ich eh jemand warte mal ich komm mal nochmal nach Hause du bist zu Hause ne äh ja ich brauch den Rucksack weil wenn ich jetzt wirklich laufe und sammel ähm dann möchte ich bitte auch nicht wieder oh Rucksack voll ja okay warte dann packe ich dir den Rucksack Moni ist teuer ja ich glaube ich auch ich werde auch am Dings Museum und dann ähm rüber laufen aber wenn ich sterbe Ehemann dann du suchst dir eine neue Frau das ist überhaupt kein Problem herrlich dann tue ich dir hier mal den Rucksack in die Truhe ja ist da noch Kartoffelsuppe drin weißt du nicht ne wo denn nein ich guck schon ich nehme mal hier hier sind zwei Kartoffelsuppen drin ich nehme den Rucksack okay so jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz wie viel Platz du hattest die ganze Zeit ja so Inventarplatz ist schon eine feine Sache so ich mache mir mal auf nach ich gehe mal nach Wahubitsch auch wenn es jetzt dunkel wird und ich Angst habe nimm aber nur eine Frau mit einer Schaufel genau das sind die richtigen Worte Micky findet heute die richtigen Worte wenn ich sterbe nimm eine Frau mit einer Schaufel äh Museum ist okay für dich ja eine die dir auf den Kopf haut in die Richtung okay ob die Hybrid fertig sind ähm du sollst nicht alle verkaufen wenn wenn da Pflanzen fertig sind lasst sie fertig sein du verkaufst mir zu viel jemand ja wenn da Pflanzen fertig sind die lässt ja noch was suchst du was suchst du du suchst irgendwas ich suche die Sachen zusammen für die Quests was was ist hier ist das langsam abarbeiten schnittlauch okay ich höre Käfer glaube ich 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 werde sterben, ich weiß es jetzt schon. Flytrap, die haben wir doch mal gesucht, ne? War das auf diesem Spielstand oder war das auf dem anderen? Ah, die brauchen wir noch. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte? Was ist das hier eigentlich? Fliegenfalle, Venusfliegenfalle. Da ist ein Tier. Das habe ich gesehen von Weitem. Da ist ein Weg. Da ist doch ein Weg. Geh doch den Weg. Koriandersamen. Da ist ein großer breiter Weg. Warum geht sie nicht auf den Weg? Gummium. Gummien. Oh Gott. Lauf ich noch richtig? Ich habe doch einen Weg gesehen. Da. Weg. Familie habe ich gefunden. Das ist gut. Weg. Irgendwie Sandrina schon ein bisschen anders als andere Angst vor kleinen Krabbeltieren, aber unbedingt Kescher bauen wollen, um sie zu fangen. Schönen guten Abend, Siki. Wie hast du dich denn hierher verschlagen? Oh. Kängelblume. Ich muss ja aber auch wieder mitten in der Nacht hier rumlaufen. Es ist ja wieder typisch für mich. Es ist wieder typisch für mich. Hier ist nichts, was ich sammeln kann. Warum nicht? Sie hat bestimmt was von der Geldnot vernommen. Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ein kleiner Kapitalist. Curryblätter. Die Curryblätter, die wuchsen ja nur hier in Wahoo Beach, ne? Das ist schön, wenn der Ehemann nicht mit einem redet. Äh, ja, ja. Ich bin gerade... Bin gerade... Bei den ganzen nicht... Du kriegst die Quest doch nicht zusammen. Ja, doch. Ne, zum Teil kriege ich sie nicht zusammen, weil das grad die Edelsteine sind, die ich nun grad schon vertickt habe. Ergo muss ich bei Zeiten nochmal in die Mine. Kartoffelsüppchen kann ich aber auf jeden Fall auch direkt abgeben. So, ich kann jetzt mit dem Jeepy nach Wahoo Beach. So, dann gehe ich jetzt hier mal, auch wenn das Krabbeln bedeutet, hier noch ein paar Kokosnüsse einfangen. Und dann will ich nach dem Netz gucken. Ja, ihr blöden Viechter, ihr blöden. Hier kommt mir gerade recht echt... Oh, wenn ich hier schon bin, dann kann ich ja bei dem Friedhof ähm... 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 Das da ausgraben, ne? Wenn ich hier schon mal bin. Ja. Weil, wenn ich dann schon mal hier bin... Eieieieiei, dann kann ich das ja hier schon mal ausgraben. Stimmt ja. So, wo ihr würdet... Geh mir nicht umsenke. Eieieiei, das wäre echt mein persönliches Horrorspiel. Wirklich. Was denn? Bei Nacht durch Pumpkin Days spielen. Das wäre mein persönliches Horrorspiel. War hier noch irgendwo was, was wir ausgraben könnten? Das war drüben auf der anderen Insel, ne? Soll ich da auch nochmal rüberfahren? Äh, Piscari Island meinst du da? Hm... Da war da auch noch was zum Ausgraben, oder nicht? Äh, kann sein. Das wäre nicht witzig. Bestimmt nicht, Daisy. Bestimmt nicht. Ja, ist was, aber... Funny. Was? Ja, ist was, aber... Funny? Ich bin schon so paranoid, dass diese Muscheln, die hier rumliegen, dass das schon Käfer sein könnten, ne? Weiß... So paranoid kann ein einzelner Mensch gar nicht sein, ey. So, Piscari Island, 50, nehme ich mit, ist egal. Die Zuschauer... Du musst sowieso nochmal nach Piscari Island, wegen, ähm, Angelei, ne? Ja, natürlich, zwingend. Also da... Wegen der Angelei. Naja, die richtige Angel habe ich ja jetzt auch. Ich meine, das kann ja auch dann demnächst nochmal losgehen. Deswegen... Da nochmal richtig hart zu angeln. Ja, was zu lachen, na hurra. Das freut mich richtig. Wenn ich euch glücklich machen kann, dann ist das... ähm, toll. Ach, Mann, herrlich. Schön zu wissen, dass ihr mich auslacht. Ich mach mir in die Hosen. Jedes Mal vor dem Stream muss ich mir ne Windel ummachen. Ach, nee. Urunge. Urunge. Urunge, Urunge. Noch so ein Tablett-Dingsbums. Ähm, ist hier noch irgendwas? Nö, ne? Soweit hier. Da oben ist... Nix soweit der Dingsbums. Da drauf, oder? Kommt man da hoch? Die Frage ist ja, kommt man hier hoch? Das wirst du bestimmt gleich erleben. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Weil ich spring hier rechts, links, rechts, links, aber nicht hoch. So, ist hier noch was, was man hier ausgraben kann? Außer mein Herz, was da in die Hose gerutscht ist. Der sieht nicht danach aus. Ja, das stimmt allerdings. Da muss ich dir recht geben. Es gibt nichts Schöneres, als alle anderen zum Lachen zu bringen. Schöner wäre es natürlich, wenn ihr nur meine Stimme hören würdet und dann lachen könntet. Aber das ist jetzt halt so. So, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch ein Lachen. So, dann gehe ich jetzt mal hier nochmal einmal ganz kurz gucken. Wegen den... Ich wusste, dass das kommt und ich war darauf eingestellt und trotzdem dieses Krabbeln ist so schrecklich. So, dann werde ich den anderen, den Dirt mal besuchen da hinten. Bei seinem Misthaufen. Und Lavendel. Lavendel war... Ach, der war ja hier. Warte mal, der war hier hinten, ja. Ja, ich brauche auch ganz dringend noch einen. Weil ich habe hier nur zwei und ich brauche leider drei für den Quest. Äh... Silber habe ich auch keins mehr. Andersrum. 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 Oh, wie gut das Grid sich auskennt. Sonst würde ich mich hier wahrscheinlich blöde suchen. Ach, da vorne. Ich glaube, ich sehe es. Kann das sein? Ne, doch nicht. Oder? Oder? Hier sind noch Kokosnüsse. Warte, warte. Oh, das Spiel wird... Das wäre wirklich... Also, wenn du jetzt hier nicht dabei wärst, wäre das wirklich Horrorspiel. Ich würde es nicht spielen, ne? Hast du ein Glück, dass ich hier Lavendel finde? Und hast du ein Glück, dass Grid im Chat ist? Ja. Ja. Aha. Es gibt halt Dinge, die... kommen halt dann sehr positiv zusammen. Das finde ich... Erdbeer, Pfefferminz. Oh. Oh. Das muss ich auch mal... Oh, Erdbeer, Pfefferminz, eh, Mann. Also, ich mag Erdbeer und ich mag Pfefferminz. Aber zusammen habe ich das noch nie gehabt. Okay. Das klingt echt gut. So, jetzt muss ich diesen blöden Dirt schon wieder finden. Ja. 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 Komplimente, Ehemann. Vielen Dank. Ja, das ist doch... Ja. So, Dirt war... Ich glaube hier nach rechts irgendwo. Wo. Und dann links hinter dem Farmplot, glaube ich. Wissen tue ich es nicht. Durch den Wald rennen tue ich ungerne. Aber... Irgendwie so hier hinten war das. Hm. War der nicht hier? Aber da ist ein Blümchen. Warte mal. Oh. Und da. Ich glaube, ich habe es gefunden. Oh. Ich glaube, ich habe es gefunden. Uiuiuiuiuiui. Enzian. Enzian können wir bestimmt auch für den... Oh, die schlafen jetzt. Wer schläft? Ich bin jetzt hier in die Kirche gegangen. Und das sind doch diese Zimmer. Ja. Da liegen die alle in den Betten drin. Sonst standen die da immer nur rum. Und jetzt sind die in die Betten drin. Liebe Heiko, viele Grüße an Jana zurück. Das ist... Das ist... Wer es nicht... Das ist Heiko seine Frau. Ja. Ja. Ganz, ganz liebe Grüße zurück. Von uns hier. Gewürznelken. Da ist das. Da ist es. Ich habe das vierte Fischernetz und ich spreche mal mit ihm. Wer ist da? Wer ist dieser neue Klumpen? Ihr kennt das alle. Tja, das wird nicht klappen. All der Müll gehört mir. Mia. Dirt no like the rain. The rain takes the dirt away. She makes it go away. Ich kann das nicht machen. Er ist ja witzig. Ich kann doch nicht den Regen verscheuchen. Das dürfte ein bisschen schwierig sein. Das stimmt. So, ich habe das vierte Netz. Leute. Leute von heute. Was ist das? Was ist das? Eine Raupe? Eine Schneckenraupe? Eine tote Raupe. Beide sind nach oben. Oh, Micky. Weißt du. Man entdeckt was Schönes und er so. Ne. Hau mal mit dem Hanna drauf. Ist ja egal. Och. Micky. Micky ist einzigartig. Echt. Siehst du. Maono weißt es zu schätzen. Sie ist aber niedlich. Ich glaube so. Manch einer hätte das nicht mal entdeckt. Das ist nicht hier. Guck mal da. Oh guck mal. Oh. Okay weggeflogen. Hat sich erledigt. Oh guck mal. Ist nicht. Guck mal guck mal. Da. Oh guck mal. Weck geflogen. Hat sich erledigt. Guck mal guck mal. Ich hatte die Hoffnung, dass das Thema heute tatsächlich nicht kommt. Aber es kam. Ich hatte die Hoffnung.